Und jetzt sind wir immer noch im Kapitel. Kapitel 4, Abschnitt 3, und da sprechen wir jetzt über geistliche Gaben. Die Gaben des Geistes manifestieren den Charakter Gottes. Aber die Gaben des Heiligen Geistes manifestieren die Kraft Gottes. Und als seine Vertreter auf Erden müssen wir beides entwickeln. Und die geistlichen Gaben, das sind also die Gnadengaben, die werden im Römer 12, 6 bis 8 erwähnt. In the book of Romans, chapter 12, verse 6 to 8, Paul lists or mentions some of the spiritual gifts. Und im Römer 12, 6 bis 8 beschreibt Paulus einige dieser geistlichen Gaben. Romans, chapter 12, verse 6, it says, Verse 7, Da heißt es im Römer 12, verse 6 an, Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der mitteilt in Einfalt und der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. In this passage, seven spiritual gifts are mentioned. Can you find them? Und in diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, finden wir sieben verschiedene Gnadengaben. We have prophecy, ministry, teaching, exhorting, giving, leadership, and showing mercy. Also das Prophetische, Prophetisches, dann dienen, lehren, ermutigen, geben, führen und Barmherzigkeit. Now I'm going to go into more of these spiritual gifts in a supplemental teaching to explain what each one of these are. So look for that video and watch it as it goes more into detail on each one of these spiritual gifts. Und über jede einzelne dieser Gnadengaben werde ich noch einzelne YouTubes machen. So bitte schaut, haltet euren Blick aus und schaut, wann wir das bringen werden. Denn jede dieser geistlichen Gaben ist es wert, in die Tiefe zu gehen. Denn du und ich, wir sind dazu berufen, diese Gnadengaben auf Erden zu leben. We also have leadership gifts that God has planted in the church. Und wir haben auch Leidenschaftsgaben, die Gott in die Kirche gelegt hat. And we read about those in Ephesians, chapter 4, verse 8 and 11, also in 1 Corinthians, chapter 12, verse 28. Ja, davon lesen wir also in Epheser 4, 8 und 11. Und in 1. Korinther 12, 4 bis 11. The leadership gifts mentioned in Ephesians, chapter 4, verse 11, let me read. We'll see them here. And it said, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of ministry. Ja, in Epheser 4, Kapitel 4, Vers 11 lesen wir. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrichtung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. 1. Korinther 12, verse 28, and I read, it says, and God has appointed these in the church. First, Apostles. Second, Prophets. Third, Teachers. After that, Miracles, then Gifts of Healing, Helps, Administrations, Varieties of Tongues. Und die einen hat Gott der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben für Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. The leadership gifts that in those two verses we can pull out, there seems to be about seven of them. Und diese Leidenschaftsgaben, die wir hier sehen, sind ungefähr sieben. Number one, we see Apostles. Als erstes sehen wir in Epheserbrief Apostel. Then we see Prophets and Evangelists. Dann sehen wir Propheten und Evangelisten. We see Pastors and Teachers. Wir sehen Pastoren und Lehrer. And then we see Administrators and Helpers. That's in Corinthians, we read about those. Und dann im Korintherbrief lesen wir von Administratoren und Helfern. We will do another teaching about each one of these leadership gifts. And are they in operation today? Of course we know that there are pastors and teachers, but what about the rest? And how do they operate? And what do those gifts look like? But you need to tune in to that supplemental video that we're going to do, going diving into each one of those. Hier erwähnen wir nur die einzelnen Gnadengaben. Aber wir machen noch gemeinsam für jede Gnadengabe ein eigenes Video, so dass es wirklich klar ist, um was es geht. Denn es ist sehr wichtig, dass der Leib Christi durchbricht in diese Gnadengaben, um das volle Bild Christi uns zu geben. Back to our content in the Biblical Foundations book in our section. The next question says, list the manifestations of the Spirit that are given for the common good. Und im 1. Korinther 12 heißt es auch, wir sollen jetzt die Manifestationen des Geistes niederschreiben, die für alle gut sind. Und wir können das nachlesen im 1. Korinther 12, 4 bis 11, aber ich werde es nur jetzt herausholen. Zuerst haben wir mal das Wort der Weisheit. Then number two, we have a word of knowledge. Dann haben wir das Wort der Erkenntnis. A third manifestation of the Spirit is faith. Eine weitere Manifestation des Heiligen Geistes ist Glauben. Another one is gift of healings. And that's in plural. Notice it says gift of healings. Und hier heißt es auch Heilungen. Also es ist Mehrzahl. Es gibt verschiedenste Heilungen. The fifth one, the working of miracles, again in the plural. Und das fünfte, äh, fünfte Manifestation des Heiligen Geistes sind Wunder, also in der Mehrzahl. Then we have prophecy. Dann haben wir Prophetie. And the discerning of spirits. Und die Unterscheidung der Geister. The gift of tongues. Und dann die Gabe der Sprachenrede. And finally interpretation of tongues. Und dann noch die Übersetzung, oder, ja, die Übersetzung des Sprachengebetes. All of these are manifestations of the Spirit. And they're meant for the common good. Und alle das sind Manifestationen der Gnaden gab. Und die sind für alle ein großer Segen. One of the confusions that come into the church, the areas where there's a lot of misunderstanding, is that some of these are counterfeited. Und es ist große Verwirrung im Leib Christi, in manchen Gegenden, denn einige dieser Manifestationen sind also nicht wirklich aus dem Heiligen Geist geboren. It seems that there are demonic forces at work that also try to copycat some of these type of manifestations to get people to follow after false teachers and false prophets. Also manche dieser Gaben werden vom Feind missbraucht, um eben auch Menschen an sich zu ziehen. Aber sie sind nicht geboren, viele Prophetien, aus dem Geist Gottes. So als Christen müssen wir sehr vorsichtig sein und den Geist der Unterscheidung bitten, dass er uns hilft, zu unterscheiden, was richtig ist und was falsch ist. These manifestations of the Spirit are meant for our good and to bless us and help us as the church. But sometimes we see these abuses happening or a quenching of the Spirit. There's no allowance for any of these. Also wir sollten wirklich offen sein für diese Manifestationen des Heiligen Geistes, aber auch unterscheiden, welcher Geist dahinter steckt. Und manches sollen wir ganz radikal uns dagegenstellen, weil wir erkennen, das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist kann unterdrückt werden oder beleidigt werden sogar, wenn wir nicht den biblischen Prinzipien folgen. Well, we're going to get into that a little bit more in some supplemental notes. There's going to be another teaching that goes down through every one of these manifestations and explains a little bit more about it from the biblical perspective. Und wir werden in diesen noch extra dazukommenden Videos erklären, wo wir vorsichtig sein müssen und wo wir wirklich voll mit dem Heiligen Geist fließen dürfen. What attitude should we have in regarding these spiritual gifts? Welche Herzenseinstellung sollen wir haben bezüglich dieser Gabe? 1 Corinthians chapter 14, verse 1, tells us that we should desire spiritual gifts. We should want them. We should want to see them operating in the church and in our lives. Im 1. Korinther 12, 4 lesen wir, 1 Corinthians 14, 1, Es ist im 1. Korinther 14, 1, Strebt nach der Liebe, Eifert aber nach den geistlichen Gaben, Besonders aber, dass ihr weissagt. The motivating force and the motivating factor behind these spiritual gifts, It should be love. Und die Motivation hinter diesen geistlichen Gaben sollte die Liebe Gottes sein. The medium for the use of the gifts is love. Ja, also es ist ein Liebesgeschenk Gottes sind diese Gaben für uns. We shouldn't be having these gifts of the Spirit for our own benefit, for our own, to promote pride in us, or to make us seem more spiritual than others. No, our motive should be love and God's glory and the common good. Nein, diese ganzen geistlichen Gaben sollten nicht uns dienen, um uns Ehre zu verschaffen oder uns Wichtigkeit zu geben, sondern es sollte alles die Liebe Gottes offenbaren. In 1. Korinther 14, Paul speaks much about prophecy. Und im 1. Korinther 14, spricht der Paulus sehr viel über Prophetie. In 1. Korinther 14, verse 3, Paul says, But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to man. Da heißt es in Vers 3, 1. Korinther 14, Wer aber weiss sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. He goes on to say that he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Er sagt, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiss sagt, er baut die Gemeinde. In Vers 31, he gives us some guidance concerning the use of prophecy in the church. In Vers 31 of chapter 14, Paul says, For you can all prophesy one by one, that all may learn and that all may be encouraged. It's meant to build us all up. Im 1. Korinther 14, in Vers 31, lesen wir, Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weiss sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. In Vers 39, he tells us, Desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak in tongues. In other words, don't quench the Spirit. In Vers 39, im selben Kapitel noch, Heißt es, Der Herr, Brüder, eifert danach zu weiss sagen, und hindert das Reden in Sprachen nicht. Now, in concerning tongues, Paul also gives clear guidance in the Word of God. Und bezüglich der Sprachen, der Gnadengabe in Sprachen zu sprechen, in anderen Sprachen zu sprechen, gibt der Paulus auch ganz klare Einweisungen. In Chapter 14 of 1 Corinthians, Paul speaks, he says this, he says, He who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. This is a language that others probably don't understand. It might be a heavenly language or an unknown tongue. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. You see, tongues is man talking to God. At least that's what we've seen here in Scripture. Das Sprachengebet ist eigentlich, dass der Mensch mit Gott spricht. Whereas prophecy is God speaking to man. Und Prophetie heißt, Gott spricht zu den Menschen. 1 Corinthians Chapter 14, Verse 4 says, He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. It's like this two-way communication. God speaking to man, and man speaking to God. Im 1. Korinther 14 lesen wir in Vers 4, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr als noch, dass ihr weissagt. Also es ist hier ein zweifacher Weg. Gott spricht zu den Menschen, die Menschen sprechen zur Gemeinde. So sehen wir hier ganz genau, dass es ein zweifacher Weg ist. Wir hören von Gott durch Prophetie, aber wir sprechen mit Gott durch das Sprachengebet. In Vers 14 of Chapter 14, it says, For if I pray in a tongue, my spirit prays. It's a spiritual language, but my understanding, my mind, my understanding, what I understand from this is unfruitful. Ja, im 1. Korinther 14, 14, 14 lesen wir, darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, das heißt, das Sprachengebet, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlehr. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. In Vers 15, he says, I will pray with the Spirit and I will also pray with understanding, both ways, so that all may understand. You see here, he's saying, look, we can have prophecy and we can have tongues in operation in a biblical way. Und hier, das habe ich jetzt schon gelesen in Vers 15 vom Kapitel 14 in 1. Korinther. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. So, also Gott möchte, dass wir beides haben, dass wir mit ihm sprechen und dass er mit uns sprechen kann. Now, Scripture also gives us some warnings. It warns us what not to do. Und die Bibel gibt uns auch Warnungen und zwar, was wir nicht tun sollen. The Scripture warns us about having too little or too much. Das Wort Gottes warnt uns davor, dass wir nicht zu wenig oder nicht zu viel haben. 1. Thessalonians, Chapter 5, Verse 19 and 20. It talks about not quenching the Spirit. Do not despise prophecies, it says. 1. Thessalonica 5, 19 und 20 heißt es. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. This is talking about blocking the spirit's work. And there that can happen something. There are those who do that. They extinguish or they try to suppress or hinder the spiritual work from happening in the church. And here werden wir gewarnt den Geist nicht auszulöschen. Also die Weissagungen nicht zu verachten und nicht das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde zu unterdrücken. And that's where we have this quenching or despising of the spiritual work. Und hier ist auch die Wurzel dass wir andere verachten und verurteilen wenn sie in den geistlichen Gaben fließen. There's no allowance for the manifestations of the Spirit. Die erlauben keine Manifestation der Gaben des Heiligen Geistes. And we're warned against that. That's wrong. Und das ist falsch. But now we have on the other end of the spectrum Aber auf der anderen Seite haben wir Ephesians chapter 4 verse 30 there's another warning about too much. Und im Epheser Brief And it says there it says do not grieve the Holy Spirit of God. Und dort Epheser 4 30 heißt es dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Don't offend or make sorrowful or sad or cause grief to the Holy Spirit. Der Heilige Geist ist sehr sensibel wir sollen ihn nicht unterdrücken und nicht beleidigen. And that can happen when there are these fake manifestations where people are just operating in the flesh and giving out things that God is not speaking prophecies which are false prophecies that greatly grieves the Holy Spirit and we're not to do that either. So we need to have this balanced approach that the scripture gives us not to be on one extreme where we quench the Spirit but not being on the other extreme where we grieve the Spirit. Ja, wir sollen also in einer Balance leben. Wir sollen nicht den Heiligen Geist betrüben und wir sollen auch nicht den Heiligen Geist unterdrücken. Was hat der Herr versprochen wenn der Heilige Geist auf sie kommt? Das Wort Gottes sagt uns ganz klar in Apostelgeschichte 1 8 dass wir Macht Vollmacht Autorität bekommen wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Und wir brauchen diese Kraft damit wir ein Zeugnis sind auf dieser Welt und der Welt zeigen können welche Kraft in Gott uns gegeben wurde. Was du gelernt von dieser Lasson und was hast du wieder gelernt aus dieser Botschaft Schreib wieder darunter, was du gelernt hast, aber vergiss ja nicht, die noch kommenden Videos anzuschauen, wo wir bei jeder Gnade noch ein eigenes Video euch schenken werden und wirklich die Augen des Herzens öffnen werden für diese herrliche Gnade, die Gott uns schenkt auf dieser Welt.